Prozent Pocker Sitz dieser Hund Pocker Pocker Sitz kommt ich denke ich bin und es sind ich denke ich habe den Hund getreten Dominik wieso trittst du dein Hund? lustig du weißt du wo du vor hast du mit dem Kind wohnt? hast du ein Hopperkind ey? wo der? hier? hier? ja da vorne da würde ich aufpacken den brauchst du? er hat so eine geile Jacke die sieht aus wie meine Boxer vorne wie deine Boxer schluss mit wenn die Jacke hatte Spoker komm wer rein Spoker komm 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 ok war nicht lustig das zählt ah jetzt wissen wir was er kaputt gefahren hat das ist nur ein Schild hängt nach oben das ist nur ein Schild hängt nach oben da ist das nur ein Schild schon geil schon geil schon geil das ist krass das ist krass da brauchen wir zu Pivi machen das ist rein Polen von der Koffe mini Kuba ja alter Mini gp uhr mit ein knappem roten Autofiegel Rott wehr aus es ist Stahl und gewalt Krasst die Mutter Rostwürste abwürdig abwürdig sind der Programmortort ein Opel so geil du weißt das ist die Strasse das ist echt gut das auch die Grenzbühre Straße nicht gedacht Tummel und so und ist ja ich glaube sehr dreckiger Luster in der Ruhr gehört zu bestimmt drohen umzüge und Transporte Kürze die Begründung eindeutig drogen ich bin und der Wort auch vor allem auch nicht und verknüpft und das ist doch auch gemacht und es ist so cool Kettus ist aufhören zu filmen es regnet Vielen Dank.